Welcome back friends zu Resi 8 Remake Ach, jetzt hab ich was von Resi im Chat gelesen Zu Resi 4 Remake, Veteran, Run Wir haben das letzte Kapitel abgeschlossen und machen jetzt halter, halter, immer weiter Ich muss ja noch arbeiten, aber ein Video macht ich für euch noch ready hier Ready for Teddy and ACB Äh, ABC, AC Ja, und Nicky Boy Vor allem selbst beim Bootsfahren im Regen muss Lier noch cool aussehen Bist du schwanger? Leon Scott was ready for take off ich bin mir nicht sicher die frage ist hast du dich verändert oder benutzt du mich nur wieder naja was denkst du wir wissen ja hat es einen push-up bha hängt die glocken schon denkt nicht zu viel nach hübscher wir sehen uns hier und kopf kennedy immer das gleiche kopf johli und kopf kennedy wird vom anzug gepusht eine bootfahrt die ist lustig eine bootfahrt die ist schön abc final fantasy 7 remake 16 wie auch immer guckt euch an guckt euch das riesen ding an dort müssen wir jetzt rein rein wie in die ein oder andere die resten die will enden sieht schon echt geil aus da bist du es schlitt koks es schlitt er schließt kopf bis jetzt noch nicht gecheckt was diese anlage sein soll das ist ich bin jetzt kapitel 13 du hast ja gesagt du bist so kapitel 13 oder das oder das schon weiter gespielt so 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 wo noch 13 Ah ja mein Freund, Killer7, eine bedienfreundliche Magnum mit Laser-Vision. Ah ja, Koffererweiterung brauchen wir definitiv. Die Broken Butterfly, die ist da aber besser wie. So, rück mal hier, Schatzkarte Insel. Ein bisschen Gerümpel aufzulesen, Fremder. Wer es findet, darf es behalten. Mein, meine. Okay, hier gibt es einen Dreischer und einen Viertischer Ticket. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Ach stimmt, Kapitel 13. Der gute Teddy hat schon wieder haut den Krall für die Castellan-Figur wahrscheinlich raus. Nachdem ihr vom Kai kommt, landet ihr auf einem kleinen Überhang. Von wo aus ihr auf eine riesige Halle mit vier Feinden. Da können alle sehen und laufen zum verschlossenen Halleneingang. Und hier findet ihr im Osten neben meiner grünen Gabelstabler die nächsten. Ah ja. Dank für den guten Call, Teddy. Und mit dem seltsamen Quarter brauchen wir den. Warte mal. Höh. Gut. Hier. Ein hervorragender Deal. Hehehe. Koffer Upgrade. Duoduo Bonus. Drei Farben Bonus. Okay, warte. Duoduo Bonus. Drei Farben Bonus. Fear Fahog Tonus. Fear for connus. Fear for obtuancies. Fear for obtuance. Die Kette verkauft der drei Minuten später Eder. Auf jeden Fall. Das ist eine gute Theorie. Zwei Farbenboden ist okay. Was machen die Preise hier aus, wenn ich 24.000? 24.000, 20.000, 20.000, 19.000. Duofarbenbonus, okay. 21.000, 14.000, alter. Jederzeit willkommen! Fremder? Oh, dafür bekommst du ein Hüpp. Je größer, desto besser. Der macht Geschäfte wie kein anderer und ein Orten wie kein zweiter. Definitiv. Definitiv. Die Aussage fühle ich zu 100%. So cool, wir haben sogar noch genug Heilzeug mit. Das ist jetzt gleich mal richtig nice. 112 Speicherungen. Ah, dann wird die 200 bis zum Spielende knacken. Oh, wir müssen nochmal zurück, Alter. Wir haben echt ne Dings vergessen, oder? 偉 Dein Schatz. Auf Das verstehe ich gerade nicht mehr. Wieso? Hä? Habe ich gerade etwas verpasst? Habe ich hier irgendwo eine Lampe? Hier ist es aber grau hinterlegt. Warum ist es grau hinterlegt? Ich weiß nicht, ob man eine Etage ist. Ja, wie heißt das? Ja gut, wir sind am Anfang des Kapitels scheiß doch. Das können wir ja dann immer noch reden. Ja gut. Vielen Dank. Also wenn ein Sparta-Wurst heute nicht streamt und Nick nicht streamen kann, jetzt wächst, äh, fällt in der Gläsi leider. Wen soll ich da re-streamen? Und hat der Typ das jetzt gecheckt? Alter! Der mehnt ernst, der Typ. Das muss übrigens mit unserem Stab. Denkst du mal, was du mit dem Stab. Das muss übrigens mit unserem Stab. Stealthy-Vorgehen. Das hat sich jetzt erst mal erledigt. Ha! Ich kann wieder die Halle-App nutzen. Da hast du Pech. Ey, Rossi, was geht ab? Mr. Dr. Coyote. Keiner von Schacht. Da hast du Pech. Also ich muss sagen, ABC, du hast gute Dinger raus. Der Typ ist runtergefallen und die eigene MG hat auf den geschossen. Stabiles Teddy. Stabiler Teddy. Stabiler Teddy. Der ist stabil. Oh Gott! Kunde, Alter! Guckt euch das mal an! Kunde, Alter! Schau mal an! Au! Du kannst hier unter... ähm- wie sagt Iona immer? Du kannst die A-Alpha-Wände abussen! Hier. Okay. Na, ich muss halt mal arbeiten. Bei mir gibt es halt kein Bier. Oh, darauf Feuer und Flamme für seinen Job. Oh, das ist gut. So, das war unsere Kursion nun. Aber der Typ ist wieder, der knallt seine eigenen Leute ab. Oh, schnell wieder, schnell wieder hinter die Alphawand. Ja, man kann sagen, die Schutzweste ist jetzt im wahrsten Sinne des Wortes breit. Erschließ mal, vielleicht kriegst du über deine eigene Leute. Ach du Scheiße, Alter. Was der Typ macht, Mann, für Schaden. Oh, ich bin jetzt ein, wo ich bin. Um, ja, was das? Oh, was das? Oh, ja, was das? Oh, was das? Oh, ja, was das? Oh, ja, was das? Oh, ja, was das? Oh, neu ist sie! Scheu ist sie! Ah ja, guck man! Was sagst du? Der Ritter haben wir tatsächlich sehr schnell zerlegt. Oh Gott scheiße. Ja, brennen, Motherfucker. Burn, Motherfucker! Burn! Was habe ich denn gemacht? Granaten? Magnum? Ich kann das gar nicht sagen. Ich sorge das ungern. ABC, Abo. Check meinen YouTube-Kanal. So, kommt das Video mit dem... Ey, Junge! Bordest du nicht beim ersten Mal, mich von dem zerlegt? Ich würde jetzt Teddy fragen, aber... ...da Teddy zu diesem Zeitpunkt geschlafen hat... ...ich schießt Pulverhammer... ...nein Zwangsch. Da macht der Magnum-Munition wirklich fast mehr Sinn. Einer hässlicher als der andere. Gut, nichts ist alles nisch. Was? Können wir eine normale Pistolen-Munie herstellen? Fünf und eins. Fünf und eins. Zwei. Erinnere mich nicht da dran. Aber ja, könnte sein. Ich weiß es tatsächlich echt nicht. Aber dort oben steht schon wieder einer. Meine Fresse, Alter. Und wieso haben die hier bloß so wenig Loot fallen lassen? Das checke ich schon wieder nicht. Jetzt gehe ich erstmal zurück und tue meine Weste erneuern. Verdammte Scheiße. Aber der Typ, der dort hinten in der Ecke chillt, den können wir uns ja per Stealth kill holen. Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Ich gucke, wie sie ins V-Odi von gestern, da das noch on ist, TripTunity. Ja, das ist natürlich auch eine gute Idee. Scheiße. Wir haben echt nichts. Nichts krasses am Stock, ne? Und das sind quasi Munitionsgebums, das stelle ich gerade fest. Spezialticket ist doch krass. Ähm, Spezialticket, weil dann, weil man dann mehr Schaden mit der Knoche macht oder, also mit Pistole und so weiter. Oder wegen was? Huh? Tö. Warte mal, können wir hier rein? Für Waffe einsticke kannst du holen. Weise einzusetzen. Ja, genau deswegen habe ich mir noch kein Ticket gekauft und gesagt habe, wir versuchen es erst mal. Ja, du Nutte, du bist. Ja. 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 Da kommt der doch in der Scheißhaus rein. Ja. Na ja, da du ja ein Pistolen- und Messer-Run machen musst und ich das Primal-Knife, also das Ohrmesser kriege ich ja. Ach, siehste, Rossi, wenn du noch im Chat bist, aka Mr. Dr. Coyote, wirst du die Resicure-Remake holen? Fragezeichen, Rufzeichen, Penis nackt. Ähm, würde es sich ja fast lohnen, das Spezial-Upgrade auf die Pistole hier zu machen. Weil da kannst du ja fast, wahrscheinlich, wenn du ein Pistolen-Messer-Run machst, dann wirst du ja eh auf easy machen, sagst du mal. Da kannst du ja fast, äh, so, du... Hä? Hä, stellst du dir dann wieder zurück oder habe ich hier was verpasst? Irgendwie... Ja, gibts ne Trophy, ist kein Scheiß. Mal sehen, wenn der Play sie direkt reinlädt hier. Übrigens, gestern ging's schnell. Ja, ja, es gibt ne Trophy, Scheiße. Naja, guckst du jetzt nicht, zeigst du dann mal. Sieh dich rum. Ist gehen müsst. Nur mit Pistole und Nasser. Dann gibt's noch einen Run, keine Heilobjekte benutzen. Ja, 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 das wird doch ne Running Gag. Ne, es gibt tatsächlich... Oh, hab ich da ein rotes Kraut gesehen? Ich hab ein rotes Kraut gesehen. Dreh. Ja, das rote Kraut, die geile Sau. Ähm, ja. Wo ist alles gelootet hier? Achso, gab's hier die Kastellanfigur? Nicht, dass ich das verpasse. Erster Mensch mit einer langsamen P.I.S. von Flul-Lul. Nachdem ihr vom Kai kommt, landet ihr auf einem kleinen Überhang. Von wo aus auf ein Risikale mit vier Feinden der Vorschau? Ja. Ne, das ist also noch nicht... Oh, egal, Lul. Ja, und wie gesagt, ähm... Es gibt in Hand... Ähm... Du musst den Spieldurchlauf auch machen. Wo du nicht mit dem Händler sprechen darfst. Da ist nämlich kein Ende. Heiße! Boah, schnell in das reinjoggen, ey. Das wäre wieder mutierter Striche. Das wäre wieder mutierter Striche. Ich glaube, das Messer rein, du Stück Scheiße. So, lass denn gehen. Man darf nix kaufen oder verkaufen. Richtig. Och, du Scheiße. Genau das soll das werden. Die Schüsse kommen nicht an. Habt ihr es gesehen? Einfach die Schüsse durch und durch geflogen. Kannst du mir erzählen, dass du dein ganzes Magazin in den reinheizen musst. Ist doch ein Bullshit. Ach du heiliger Lulul, das ist natürlich böse. Ja, aber machen wir auf dem Kanal hier auch die Runs. Keine Sorge. Ich weiß zwar, stand jetzt noch nicht, wie wir das machen wollen, aber irgendwie. Ich weiß zwar, stand jetzt noch nicht, wie wir das machen wollen, aber irgendwie. Ich weiss auch noch mal wie ihr hier sphaucht. Ich weiss auch noch mal wie ihr das angecraft macht. Wir willst pro uns reingepupp나 was machen, also bei nhà. Wie geht es Quality? Das war's. Du machst auch Durchlauf ohne zu speichern, Lul Kappa. Ne, auf Profi darfst du auf Rang S Plus nur 15 mal speichern insgesamt, also 100 mal weniger, wie ich jetzt schon habe. So, da haben wir den Munitions-Sparer und den Airmex. Der Jahr ist Plus nur 35 Stunden. Genau, und ja, diesen Run machen wir hier auch auf dem Kanal. Hä? Gelbes Kraut? Ich habe da meine Gesundheit aufs Maximum. Geht das doch noch weiter? Nee. Ja, geht die noch weiter. Dann aber One Take an einem Stück. Ja, genau. Das wirst du nicht schaffen. Also ich habe schon zum Beispiel Platin-Shooter, ehemals NY-Shooter zugeguckt. Und glaub mir, der ist in Profi. Anders kann man es nicht sagen. Und, äh, selbst der ist an der Stelle in der Hütte zum Beispiel vom Anfang, du wirst dich erinnern. Ah ja. Mit Luis im Dorf hat er sieben Stunden gebraucht. Und das ist kein Scheiß. Sieben Stunden. Also deswegen glaube ich nicht, dass ich einen Eben-Durchlauf schaffe. Müssen wir 24 Stunden Stream machen. Ach du Scheiße, Alter. Ach du Scheiße, Alter. Sprengt euch, sprengt mich, haben wir alle was davon. Man muss ein bisschen glitschen, das ist mit, dass in 5,5 fahr geht. Ah ja. Ah, ich hätte einfach schon die Lambe. Ja. Ein Raketenwerfer. Aber! Schieß mal Raketen her jetzt hier. Ja, sonst würde das nicht gehen, genauso wie der eine so schnell Knaht ihn gehabt haben soll. Ah ja. Locke im Dorf, Snipen und Strukturen, Litschen und so weiter. Das mit den Türen klingt einfacher, als es uns nicht geht. Das mit den Türen klitschen klappt in den Hof, PC. Oh, hier, das ist das, was ich wähle. Das mit den Türen klitschern. Nein, hat er nicht probiert. Das ist doch, was faszinierend ist, denn seine Raketen kommen bei mir an. Und meine Kugeln sind geflögt. Die sind in den Bogen geflogen. Oh, was denn nun schon wieder, ey. Kommt da noch was raus, was er anguckt? Natürlich, und da bewegt sich einfach Elik so gottlos. Oh, was denn? Sinn blöse. Was ist das? So ist das hier schon, nachdem man vom Kai kommt? Nein. Aber es ist schön, dass man immer Munitionen findet. Ich hätte schon abkürzen können, ah ne, ich hätte... Ach gut, alles noch. Scheiß nicht. So, eine Scheiße. Ah ja, hier finden wir jetzt gleich den Castellan. Halten Sie Ashley hier fest? Der Typ einfach wieder mit Raketwaffe. Und wir finden keine Schuld finden Munitionen. Ich muss jeden Scheiß zusammenkräften. Ja. Ja. Los, 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 los. Komm, 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 komm. Schaffe ich es noch? Schaffe ich es noch? Oh! Was? Was? Ich weiß, es kann er hat nie, ob ich es noch... Schrecken. Alexa, aus. Was? Hier komm ich wohl nicht rein. Ich muss einen anderen durchsehen. Und man findet wieder nur Scheiße ab. Ach, ich hör ihn. Ich hör ihn. Oh, fuck, elegante Krone. Und ich hab die ganzen gelben Dinger verkauft. Edelsteine. Sinnlos. So. So. Alexa erneuert auf Abu Kappa. Hehehe. Alter, hier findet ihr am Osten. Pech. Ja, dort ist er. Sehr gut. den kleinen Strecher beim grünen Grabelstapler, einfach merken, auf Locker. So, wir gehen hier oben noch durch die nächste Tür, dann muss ich erst mal wieder ein paar Betrunkene hinfahren. Ich überlege, ob ich daweilen soll ich hier ein Pausescreen laufen lassen, oder soll ich YouTube-Wiederholung anmachen. Weil Restream kann ich ja gerade keinen, es ist ja, es streamt ja gerade keiner, spart aber es dort oder so. Ah, das ist selten. Jetzt sind wir sogar an der Schreibmaschine. Machst du, was du am besten denkst, Team Scott. Mach YouTube-Wiederholung an. Machen wir. Spielschweiger. Ja, Freunde, 43 Minuten Video wieder. Ich würde denken, das war lang genug. Ich komme dann auf jeden Fall wieder an. Wir spielen insgesamt schon 1 Franschstunden und 33 Minuten. Alter Verwaltung. Aber wir holen auch alles. Zumindest was möglich ist in dem Durchlauf hier. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video wieder ein. Mit hoffentlich ABC-Boy, Teddy, Nick-Nicks, DJ Johnson und wie sie nicht alle heißen. Nur lieber an euch. Und im Stream geht es dann weiter. Wir machen kurz Pause, kommt Wiederholung. Ich arbeite fix und dann wieder rein. Werde nochmal 1-2 Stunden streamen. Ich halte die Stellung. Sehr gut, Teddy. Und genau. Und ihr auf YouTube, ihr könnt euch auf Vlog reinziehen. 16 bis 18 Uhr kommen ja meistens die Videos. Ich hoffe, die Zeiten liegen euch. So wie ich es beim Algorithmus sehe. Schon. Werden mehr geklickt. Dribbelt den Algo. Gerne ein Abo dalassen. Kostet euch nichts. Und unterstützt mich am meisten. In dem Sinne. Peace, peace. Euer Amex.